Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest evakuierten Händlerplatz anzunehmen bei Prinz Liam Kaumene in Gelneas Stadt an dieser Stelle. Forquest war, da stimmt was nicht. Forquest ist auch schon angenommen. Und Markthäuser evakuiert. Da habe ich noch einen Mob getötet von der Forquest. Hier seht ihr diese Tür, die könnt ihr benutzen. Einfach rechtsklicken oder wo auch immer ihr benutzen eingestellt habt. Da habe ich schon eins von drei. Da ist noch so eine Tür. Nochmal benutzen. Links oder rechtsklick. Normalerweise ist es rechtsklick, wenn ihr an der Steuerung nichts geändert habt. Und hier ist auch noch eine Tür. Normalerweise gibt es mehr Türen als für die Quest benötigt. Oh, da ist sogar ein Gegner drin. So. Quest ist abzugeben bei Prinz Liam Kaumene in Gelneas Stadt an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.